Eine Runde noch für die Schüler U13, noch drei Runden für euch. Nicht auf eins, nicht auf eins. Und die bringen alle einen riesen Applaus hier, die U13-Fahrer, das ist echt Kinderarbeit. Und das am Sonntag, und das noch am Sonntag. Drei Runde noch zu fahren. Also 135 Minuten, das ist eine ganz rarte Liga für den Kreis. Komm, da geht doch was. Hat schon fast, nee, du hast doch einen Leichtrickett, nee, schon den ersten Gang gehen, da kann man ja nicht schalten. Da kann man doch nicht schalten. Kleiner Fahrt. Dann hat das Fahrradmaterial wechseln, acht, das hat der Witzel, dann wechseln. So, das muss ich nicht, Pokale.